Yo, Newsflash, schön, dass ihr da seid, vielen Dank fürs Einschalten, wir sind hier mit einer neuen Ausgabe Newsflash, wir haben zuerst ein paar Vertragssachen bzw. neue Hiles und was sie eventuell bedeuten könnten und dann zum Schluss kommen wir ein bisschen in den Juicy Stuff rein, wo jetzt Leute anfangen sich so ganz lowkey zu beleidigen und sowas und wir haben Breaking News Richtung Aaron Rodgers und wie das eventuell mit Team Chemie aussieht und so weiter und so fort, also bleibt auf jeden Fall am Start und wenn ihr neu seid, vergesst nicht zu abonnieren kostenlos, wenn es euch nicht gefällt, könnt ihr es einfach wieder weg machen, kostet nichts. Und auch das Wegmachen kostet nichts, also warum nicht probieren, würde mich freuen. Erste Nachricht, Frank Reich ist neuer Head Coach bei den Panthers. Oh und übrigens, apropos Panthers, das ergibt nicht so Sinn, der neue Eisdick-Schmack von Holy ist krass übrigens. Aber ja, Frank Reich auf jeden Fall neuer Head Coach bei den Panthers. Ich finde es ein bisschen schade, weil ich die ganze Zeit noch drauf gehofft hatte, dass der Interims-Head Coach Wilkes, dass der quasi der neue richtige Head Coach wird. Denn anders als der Interims-Head Coach bei den Coles, hat er einen ziemlich guten Job gemacht bei den Panthers und das Team schien sehr für ihn zu sein und was weiß ich, das einzig, oder nicht das einzig Gute an der Situation. Und ich glaube, Frank Reich ist schon gemeinhin anerkannt als einer der krasseren offensiven Minds und was halt auch nicht unwichtig ist für die Panthers als so ein kleines bisschen Quarterback-Risperer. Aber, was auch nicht unwichtig wäre für die Coles, aber er war vor allem auch früher Quarterback bei den Panthers und das ist irgendwie so eine ganz coole Story, finde ich, dass man quasi einen ehemaligen Quarterback jetzt als Head Coach hat. Aber von coolen Storys kann man sich nichts kaufen und ich bin ehrlich gesagt noch ziemlich unschlüssig, beziehungsweise ich weiß noch nicht genau, wie die Panthers-Fanbase dazu steht. Da habe ich noch nahezu gar nichts zu gesehen. Also, wenn ihr Panthers-Fan seid, dann schreibt mir mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Ist es euch komplett egal? Habt ihr damit gerechnet? Hat es euch aus dem Nichts erwischt? Habt ihr auch, wie ich, ein bisschen damit gerechnet, dass Steve Wilkes das Ganze weitermachen kann? Das würde mich sehr interessieren, weil, wie gesagt, da habe ich noch nicht so viel zu gesehen. Bill O'Brien hat jetzt Coach's Rehab fast durch. Der ist ja sehr, sehr traurig weggegangen bei den Texans, sage ich mal. War jetzt erst bei Alabama und dann Nick Saban und ist jetzt Offensive Coordinator, höchstwahrscheinlich bei den Patriots. Saban und Belichick sind befreundet, deswegen gibt es da häufig eine Connection und die letzten paar Jahre oder nicht, ja doch, die letzten paar Jahre kann man schon sagen, war das immer so ein bewährter Weg von wegen, ah, NFL hat nicht geklappt, na gut, gehe ich jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre oder zwei Jahre. Zu Nick Saban nach Alabama und dann, batz, bin ich wieder in der NFL angekommen und genauso läuft das jetzt für Bill O'Brien. Jetzt ein, zwei Jahre vielleicht bei den Patriots und zack, kriegt er wieder eine Head-Couching-Opportunity. Ob er es verdient hat oder nicht, I don't know. Aber das ist auf jeden Fall witzig, dass es halt genau so dieser klassische Weg ist, den schon extrem viele Experten und Analysten und was weiß ich vorhergesagt haben, als Bill O'Brien weg ist von wegen, ah, der kann doch jetzt eigentlich zu Saban in Coach's Rehab, danach vielleicht Belichick und genau das ist passiert. Nathaniel Hackett ist der neue Jets Offensive Coordinator jetzt. Die Jets haben sich ja mehr oder weniger einvernehmlich angeblich getrennt mit ihrem Offensive Coordinator, mit dem jüngeren, ist es der jüngere? Egal, mit dem LaFleur-Bruder, der nicht Head-Coach ist bei den Packers. Bevor ich wieder die M-Namen durcheinander bringe, sage ich es lieber so. Der ist jetzt Offensive Coordinator höchstwahrscheinlich bei den Rams und die Jets haben sich jetzt Nathaniel Hackett geholt. Das Erste, was halt alle denken, auch nachvollziehbarerweise, wenn sie das hören, ist, oh, Nathaniel Hackett war vor zwei Jahren noch der Offensive Coordinator, beziehungsweise der, ja, der vermutlich am engsten neben dem Head-Coach zusammengearbeitet hat mit Aaron Rodgers bei den Packers. Und deswegen denken jetzt viele, oh, die Jets sind sowieso schon im Gespräch für Aaron Rodgers, jetzt holen die Nathaniel Hackett als noch zusätzliches Argument, damit Rodgers da wirklich hin will. Denn das ist so eine Situation, die können jetzt, also sie könnten schon, aber es würde nicht wirklich viel bringen, jemanden wie Rodgers irgendwo hin zu traden, wo er nicht hin will. Das heißt, sie müssen mit ihm quasi sich einig sein, dass sie quasi sagen, ey, wir haben ein Angebot von den Jets, was wir gerne annehmen würden, und dass Aaron Rodgers gleichzeitig auch sagt, jup, ich würde gerne für die Jets spielen. Dann wird ein Schuh draus. Ansonsten schwer. Ja, bei Spielern, die jünger, schlechter sind, nicht so einen dicken Namen haben, was auch immer, nicht so am Karriereende sind, die also nicht so einfach mit Retirement drohen könnten. Bei solchen kannst du es halt immer, die kannst du einfach traden, wie du willst, gefühlt. Die haben nicht so wirklich ein Mitspracherecht. Deswegen ergibt es schon auch Sinn, da an Aaron Rodgers ein bisschen zu appellieren. Und vielleicht hat ja Aaron Rodgers auch die Forderung gestellt, das war jetzt auch schon die Theorie von ein paar Leuten, dass er nur kommt, wenn Nathaniel Hackett da hinkommt. Kann man natürlich nicht wissen. Und ich erinnere auch mal, wenn wir die Uhr ein Jahr zurückdrehen, nachdem Nathaniel Hackett den Head-Coaching-Job gekriegt hatte bei den Broncos, haben alle gedacht, oh, das ist natürlich, weil Aaron Rodgers zu den Broncos kommt. Dann hat er sehr, sehr viel rumgeredet wieder und letztendlich ist nichts passiert und er ist bei den Packers geblieben. Und Russell Wilson ist zu den Broncos gegangen. Deswegen muss das nichts heißen. Vielleicht traden die Jets jetzt auch auf einmal für Russell. Nein, Spaß, natürlich nicht. Aber es ist doch natürlich schon ein Gedankenwert. Also nur weil es letztes Jahr nicht geklappt hat, der Gedanke quasi von wegen, oh, Hackett geht irgendwo hin, damit Aaron Rodgers dann kommt, heißt es ja nicht, dass es dieses Jahr nicht stimmt. Also ich denke schon, dass es definitiv was damit zu tun hat. Ich glaube aber auch, dass die Jets schön blöd wären, wenn das der einzige Grund ist, aus dem sie Nathaniel Hackett holen und wenn dann auf der anderen Seite noch nicht mal sicher ist, dass das für Aaron Rodgers überhaupt ein Plus-Argument ist. Wenn sie quasi einfach das werden und wirklich mehr oder weniger schon betteln. Ich denke, entweder sie wissen sehr genau, dass das ein Plus-Argument für Aaron Rodgers ist und sie stehen sehr nah von einem Trade. oder, was wahrscheinlicher ist, sie sagen, hey, das wäre vielleicht sogar ein Plus-Argument für Aaron Rodgers, aber Nathaniel Hackett ist an sich auch ein krasser Offensive Coordinator und wir würden ihn so oder so haben wollen. Wer weiß. Tom Brady ist letztens ein bisschen schon sauer geworden oder erbost, sagen wir mal, als man ihn gefragt hat, ob er denn schon weiß, was er machen will. Und da hat er gesagt, ey, wenn ich wüsste, was ich machen will, dann hätte ich es ja schon gemacht oder dann würde ich es schon machen. Was halt absoluter Quatsch ist. So, weil er, wenn es nicht Retiren ist, was er machen will, dann kann er es jetzt noch nicht machen. Beziehungsweise, wenn es nicht Retiren ist und nicht bei den Bucking ist bleiben. Wenn es irgendwas anderes ist, kann er das jetzt einfach noch nicht machen. Und er kann auch jetzt noch nicht sagen, ich habe übrigens vor, zu den Raiders zu gehen, weil das dann Tampering wäre, das geht nicht. So, das heißt, das Einzige, was der Stand jetzt machen könnte, ist entweder Retiren oder Verlängern bei den Bucking ist. Alles andere kann er noch nicht machen. Deswegen fand ich das ein bisschen Quatsch, dass er da so wütend geworden, nicht wütend, aber so genervt darauf reagiert hat, weil es ist eine komplett ordentliche Frage, finde ich, auf die man entweder hätte antworten können, ja, ich denke, ich habe schon so eine Ahnung, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, was für jeden gehießen hätte, ey, er weiß, was er machen will, er darf es nur noch nicht so offen sagen. Oder er kann sagen, ich weiß es wirklich noch nicht, ich will mir Zeit nehmen. Und mit der Antwort hätte man nichts gewusst. Hätte beides heißen können. Aber dann, also ich finde, das ist eine normale Frage. Klar ist es sehr unwahrscheinlich, dass man da eine Antwort drauf kriegt, die wirklich was bringt, aber ich glaube, als Sportjournalist, der in dem Rahmen ist, muss man die Frage stellen. Der Bills GM, Brandon Bean, hat mit einem Zitat oder mit einer Aussage für er, ein Zitat von sich selber ist natürlich Quatsch, mit einer Aussage für Aufsehen gesorgt, weil er gesagt hat, ähm, ich möchte nicht frei übersetzt doll genug stinken, um jemanden wie Jamal Chase draften zu können. Er hat gesagt, I don't ever wanna suck bad enough to draft someone like Jamal Chase, glaube ich, ungefähr. Paraphrasiert ein bisschen. Was ein bisschen ungünstig, ein bisschen pampig formuliert ist, sage ich mal. Und sie haben natürlich gerade gegen die Bengals verloren und deswegen klingt es hella salty. Als wäre wirklich einfach eingeschnappt, die Bengals haben mir nur gewonnen, weil sie so dreckig gespielt haben, so schlecht waren und deswegen den und den und den draften konnten. Ist halt Quatsch so, dass bei jedem Team so, dass irgendwann mal, oder bei fast jedem Team, dass man irgendwann mal gute Picks hat, die einen dann besser machen, ähm, das ist ja auch Quatsch. So, das könntest du ja genauso gut sagen, ah, wenn die, wenn die Chiefs jedes Jahr in die Playoffs gekommen wären, dann hätten die nicht auf 10, aber ich glaube, die haben sogar hochgetradet, für jeden Fall. Ist auch egal. Ähm, auf jeden Fall ist das sehr, 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 sehr Quatsch, denn man kann auch sehr gute Spieler später im Jahr kriegen, äh, später im Draft kriegen. Ähm, wir wissen, glaube ich, alle, was er damit gemeint hat. Von wegen, er möchte nicht schlecht genug sein, um Top 5, Top 6, Top 7, Top, was auch immer, Top 10 Pick zu haben, weil das heißen würde, dass er eine schlechte Saison gehabt hätte mit den Bills, beziehungsweise, dass die Bills eine schlechte Saison gehabt hätten. Aber wie er das formuliert hat, ähm, kam es halt wirklich rüber, wie ein kleiner Front gegen die Bengals, da war definitiv Emotion mit drin, und deswegen haben das ein paar Leute halt auch so aufgenommen. Äh, ich glaube, da wurde eine dollere Sache draus gemacht, als es tatsächlich ist, aber es war auch wirklich unklug und ein bisschen kindisch formuliert, fand ich. Wir haben ein super Gegenbeispiel dafür gehabt vor zwei Jahren, glaube ich, ähm, als Mike Tomlin, einer von beiden war Mike Up, mit, ähm, Chase Young geredet hat auf dem Feld und gesagt hat, ey, er möchte in seiner Karriere nie schlecht genug sein, um jemanden wie ihn draften zu können. Das war nicht ein Front gegen, ähm, gegen das gegnerische Team, was es bei Bean bestimmt auch nicht sein sollte, aber so kam es halt rüber, sondern es war einfach nur, ähm, ey, du bist krass, und du gehst in den ersten Picks immer, immer, immer weg und ich hoffe, wir sind nicht schlecht genug, um einen von diesen Picks zu haben. Das ist mehr oder weniger die gleiche Aussage, wie die, die Bean getroffen hat, bloß auf eine komplett andere Art getätigt und deswegen in eine komplett andere Art, ähm, und Richtung, ähm, in eine komplett andere Richtung interpretiert worden. So, deswegen, Tomlin sehr geschickt gemacht, Brandon Bean, ein bisschen tollpatschig gemacht, finde ich. Romeo Dubs hat in einem Interview jetzt gesagt, der, ähm, ich weiß nicht, ist er jetzt noch Rookie? Ja, die Saison läuft noch. Der Rookie-Receiver von den Packers, dass er noch nie abseits von der Facility und abseits von Football mit Aaron Rodgers abgehangen hat. Ähm, und da haben auch Leute so ein großes Ding draus gemacht und, äh, mehr oder weniger das gegen Rodgers ein bisschen bezogen, von wegen, ey, warum macht er nichts mit seinen jungen Receivern so, um ein bisschen Chemie aufzubauen und was weiß ich. Und ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Nochmal vorher, ich kann Aaron Rodgers auf den Tod nicht leiden. Äh, das färbt bestimmt wieder meine Meinung ein kleines bisschen. Aber ich versuche natürlich trotzdem, das so weit wie möglich rauszunehmen, aber man kann es halt nie wirklich 100% rausnehmen. Auf der einen Seite, glaube ich, da ist tatsächlich was dran, ähm, und wir hören andere Geschichten von Receivern und Quarterbacks, die super viel miteinander abhängen, natürlich auch viel über Football oder mit Football machen, aber die auch einfach in der Freizeit miteinander Zeit verbringen. Aber, muss ich dazu auch sagen, und das ist der andere, die andere Seite, ähm, die sind häufig in einem ähnlichen Alter. Alter. So, Romeo Dubs ist was? 22, 23, 21, irgendwas um die 22, ne? Und Aaron Rodgers ist knapp 40. Ähm, ich bin, ich bin sogar schon älter als Romeo Dubs, ne? Ich bin, ich bin 25 geworden letztens. Und ich würde trotzdem in meiner Freizeit jetzt nicht unbedingt gerne mit 40-Jährigen abhängen. So, wenn es sich ergibt, klar, aber dann hat es halt meistens auch irgendwas, dann hat es zum Beispiel irgendwas mit Football zu tun. Oder was auch immer. Aber hat man so wirklich die gleichen Interessen? Ist man an einem ähnlichen Punkt im Leben? Nicht wirklich. Deswegen, ich verstehe, dass es irgendwo ein bisschen eine Sache ist. Und ich glaube, wenn ich Packers Fan wäre, würde ich mir wünschen, dass die beiden abhängen, einfach wirklich um Chemie aufzubauen. Aber auf der anderen Seite, die sind so weit auseinander, die sind an komplett unterschiedlichen Punkten. Wenn die footballtechnisch gut und viel miteinander reden und footballtechnisch diese Chemie haben, dann ist es mir eigentlich egal, was sie abseits vom Feld machen. Das war es mit den News. Jetzt noch ein riesiges Dankeschön an alle Unterstützer des Kanals. Ihr seid Unterstützer, wenn ihr dieses Video jetzt gerade guckt. Wenn ihr ein Like da gelassen habt, abonniert, Entschuldigung, kommentiert. Das sind alles Formen von Support. Und dann gibt es noch die Extraform, wenn man Kanalmitglied werden möchte, wenn man quasi noch sagt, ey, ich möchte noch ein bisschen mehr den Kanal unterstützen. Und da habt ihr dann auch nochmal drei verschiedene Stufen, drei verschiedene Levels zur Verfügung. Shoutout an euch alle. Aber natürlich extra große Shoutout nochmal an die Kanalmitglieder am allerhöchsten Level, an alle meine Pro-Waller. Der Pro-Wall ist bald. Vielen Dank. Mats, Venno, By the way, Moritz, Diss, Donner420, Patrick, Posen-Channel, Nick, Vobj, TJ Ryan, Benski, Stefan Gründer, Josie oder Jonas Hebi, Blindage91, Dopeboden, Ben, Gott, Kaiser, Hupe, Fabian, Marcel, Prinz, Cem, Hannes, Chris, Schredius, Matthias, Joshua, Kurt Nessner, GGT oder Lukas, Steve Arizona, Marcel Kuch, Jonas Eberlein-Levin-Faust, Johannes van der Kanallegende, Winnow2, Tobias Mangold, Christian Rieckert und It's Pretty Ass. Vielen Dank. Irgendwas kommt mir auf der letzten Seite komisch vor. Haben wir unter Winnow2 jemanden verloren? Ich glaube, wir haben unter Winnow2 jemanden verloren. Irgendwie war mein Flow heute anders als sonst. Normalerweise reite ich durch die letzte Seite durch und es ist inzwischen fast schon Muscle Memory geworden, weil ich das jede Woche mache. Ich habe das Gefühl, jemand ist unter Winnow2 weg. Egal, whatever. Vielleicht habe ich auch nur einen komischen Tag. Vielen Dank für euren Support. Gut, wie eben gesagt, das war es jetzt auch final mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da lasst. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Themen aus dem Video oder anderen Themen, die ich nicht behaltet, thematisiert habe in dem Video. Gerne in die Kommentare, bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.